Warum scheitern so viele deutsche Auswanderer in Australien schon im ersten Jahr? Mein Name ist Chris, geboren und aufgewachsen in Deutschland, jetzt seit mehr als 15 Jahren in Australien und abonniert gerne diesen Kanal, wenn euch das echte Leben in Australien interessiert. Traumstrände, Kängurus im Garten und natürlich die endlosen Weiten des Outbacks. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein, oder? Aber wie soll ich euch sagen, manchmal ist es auch genau das. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Seit fast 20 Jahren lebe ich in Australien und ich habe so viele Deutsche kommen und gehen sehen. Sie kommen super motiviert hierher, vollgepackt mit Träumen und nach einem Jahr geben viele enttäuscht auf und sind im Flieger nach Hause. Wir schauen uns jetzt an, warum das so ist und was ihr daraus lernen könnt. Einer der wichtigsten Gründe sind die kulturellen Unterschiede. Viele denken, dass Deutsche und Australier sich kulturell ähnlich sind, weil beide Länder westlich geprägt sind. Und klar, es gibt viele Gemeinsamkeiten, aber es gibt halt auch krasse Unterschiede. Zum Beispiel, Australier sind viel genussorientierter. Sie verwöhnen sich gerne, blicken generell eher optimistisch und ungesorgt in die Zukunft. Wenn sie überhaupt an die Zukunft denken, denn auch hier unterscheiden sich beide Länder völlig. Geplant wird hier eher kurzfristig und langfristige Zukunftsplanung spielt eine untergeordnete Rolle. Diese Unterschiede zu erkennen ist entscheidend. Die spielen im Alltag und im Umgang mit Menschen, im Job, im Freundeskreis, immer und überall eine große Rolle. Und wer sie ignoriert, der blamiert sich, eckt an oder verpasst Chancen. Eng damit verbunden ist die Romantisierung. Die Romantisierung von Australien ist der nächste Punkt, über den ich kurz sprechen möchte. Viele Deutsche kommen hierher und erwarten einen relaxten Lifestyle. Ich habe ja schon eben die typischen Bilder von Outback, Strand oder Naturerfahrung erwähnt. Und ja, all das gibt es ja. Aber was als Urlaub super funktioniert, bietet langfristig mitunter halt keine Lebensgrundlage. Am Ende hat man es hier als Einwanderer einfach nicht leicht. Und Probleme gibt es überall. Man bringt meistens seine eigenen ja auch noch mit. Man muss arbeiten, finanziell über die Runden kommen, zwischenmenschliche Beziehungen managen, sich ein Leben aufbauen und ja, viele Probleme hören einfach nicht auf, bloß weil man das Land wechselt. Ein weiterer häufiger Grund für das Scheitern ist die Liebe. Viele Deutsche und tatsächlich meistens Frauen verlieben sich in Australien. Anfangs ist das unglaublich romantisch, vor allem weil es so verdammt anders ist. Aber was anfangs spannend ist, das kann schnell zu Konflikten führen. Interkulturelle Beziehungen haben automatisch ein zusätzliches Komplexitätslayer und so ist es hier eben auch. Australier und Deutsche haben oft ganz unterschiedliche Vorstellungen von Beziehungen. Deutsche Frauen sind oft selbstständig und mutig, aber viele australische Männer sind es nicht gewohnt, Dinge auszudiskutieren oder Gleichberechtigung auch im Alltag zu leben. Das führt zu Spannungen und deswegen gehen solche Beziehungen oft in die Hose. Bestimmt denkt ihr jetzt, dass ich hier generalisiere und das ist auch absolut korrekt, aber das sind meine Erfahrungswerte. Nach fast 20 Jahren hier und mit einem substanziellen Netzwerk an Freunden und Bekannten, da bilden sich eben dann auch Muster heraus und es passieren Dinge, die einfach immer wieder passieren. Hier haben Männer männliche Freunde, männliche Hobbys, diskutieren nicht gerne Dinge aus, sondern haben ihre eigene von den Frauen getrennte Nische. Und sie erwarten das von ihren Freundinnen umgekehrt implizit auch. Dass es dann oft zu Konflikten kommt, das ist fast unvermeidlich. Ich kenne jedenfalls viel mehr deutsch-australische Pärchen, die sich getrennt haben, als solche, die auch langfristig erfolgreich zusammengeblieben sind. Wer also in Australien bleibt, weil er verliebt ist, der bleibt wegen einem Menschen, das darf man nicht vergessen. Und wenn die Liebe dann schwindet und wenn man das Land nicht wirklich liebt, dann steht man halt am Ende dumm da. Und ganz schlecht ist es, wenn man Kinder hat, weil dann kann es gut sein, dass man mit dem eigenen Kind das Land nicht mehr verlassen darf, wenn der australische Partner dazu nicht sein Okay gibt. Anpassung ist auch ein Thema, ein ganz kritisches sogar, denn die Ausländer, die müssen sich hier mal integrieren, gell? So ist es nicht in Australien, aber in ein Land auszuwandern, heißt ja erstmal nicht, dass man sich komplett assimilieren muss oder soll. Und den Begriff Integration, der ja in Deutschland in der Migrationspolitik oft verwendet wird, den gibt es hier so gar nicht. Man kann also ruhig seine Gewohnheiten behalten, aber es gibt auch typisch deutsche Eigenschaften, die in Australien immer wieder zu Ärger und Problemen führen. Eigenschaften, die den meisten Deutschen nicht bewusst sind, weil sie halt in Deutschland einfach mal völlig normal sind. Diese Eigenschaften sollte man ablegen oder aber zumindest verstehen, wie Australier sie wahrnehmen. Dazu gehört es, auf Pünktlichkeit zu beharren und Pünktlichkeit, wenn sie eben nicht gegeben ist, abzustrafen, sich in die Angelegenheiten anderer einzumischen und Regelverstöße von anderen zu kommentieren. Über Politik zu diskutieren, ungeduldig zu sein und sich die Ungeduld auch anmerken zu lassen oder auch das äußere Erscheinungsbild von anderen Menschen zu kommentieren. Schlechte Konsequenzen hat es auch, auf seinem Recht zu beharren. Wer unfair behandelt wird, der sollte sich gut überlegen, ob er den Konflikt wirklich eskalieren lässt oder ob er es auf sich beruhen lässt, denn die Konsequenzen sind hier oft ernsthaft. Dazu drei Beispiele. Du heulst dich bei deinem Chef aus, weil irgendwas oder irgendwer unfair war. Dann stell dich gleich mal auf die Kündigung aus irgendeinem vorgeschobenen Grund ein. Ein paar Wochen später kommt die dann, denn kein Vorgesetzter hat hier Lust auf Jammern und Probleme. Zweitens. Es gibt Ärger mit dem Vermieter. Das australische Recht ist extrem vermieterfreundlich und als Mieter hast du fast bzw. keine Rechte. Stell dich darauf ein. Wenn du aufmuckst, bist du deine Wohnung schnell los und die Fristen hierfür sind viel kürzer als in Deutschland. Sollte man wissen. Dritter Punkt. Ärger mit dem Nachbarn. Hier gibt es keine Rechtsschutzversicherung und wenn du nicht viel Geld in einen Anwalt investieren willst, ist es besser, beide Augen zuzudrücken, versuchen den Konflikt einfach so zu lösen oder gar woanders hinzuziehen. So machen es zumindest die Australier. Auch das habe ich schon selbst erlebt. Ein weiteres Problem ist die unbewusste Überheblichkeit. Deutsche überschätzen oft ihre Sprachkenntnisse, ihr Wissen oder die kulturelle Leistungsfähigkeit, verstehen aber nicht, was wirklich in Australien zählt. Zum Beispiel freundlich miteinander umzugehen und immer zu vermeiden, sich auf welche Art und Weise auch immer als überlegen oder besser darzustellen. Wer das trotzdem tut, wird schnell geghostet und das führt dazu, dass man sich isoliert fühlt und wichtige Beziehungen, die man hier benötigt, nicht aufbauen kann. Nächster Punkt, über den wir reden, sind Erwartungen und Netzwerke. Falsche Erwartungen an die Gesellschaft spielen eine große Rolle. Viele Deutsche tun sich schwer, in australische Freundeskreise reinzukommen. Sie bleiben oft in der internationalen Community hängen, was nicht unbedingt schlecht ist, aber es kann halt enttäuschend sein. Es ist definitiv nicht so, dass Australier Menschen aus dem Ausland super offen in ihre Freundeskreise aufnehmen. Da hat man einen definitiven Nachteil als Ausländer und das sollte man wissen. Mangelnde Flexibilität ist ein weiterer Grund. Die Bereitschaft, schlechter bezahlte Jobs anzunehmen oder mittelmäßige Unterkünfte zu mieten, fehlt oft. Dabei sind solche Kompromisse zu Beginn fast unvermeidlich. Wer mit der Einstellung kommt, ich will alles wie in Deutschland, nur besser und mehr Geld, der wird so enttäuscht sein, dass eine Rückkehr auf der einzig logische Schritt ist. Viele Deutsche bereiten sich auch einfach schlecht vor. Zu wenige finanzielle Rücklagen, keine Ahnung von den Arbeitsmöglichkeiten oder den Visumsoptionen und dann vielleicht noch den Fehler machen, einen Pub im Outback zu kaufen, weil man das aus so einer TV-Auswanderer-Doku kennt. Das ist eine Katastrophe, die dann auf sich warten lässt. Man sollte realistisch an die Dinge rangehen und wenn du bis hierher in diesem Video durchgehalten hast, dann ist das ja schon ein sehr gutes Zeichen. Und bitte like auch dieses Video, wenn du es nützlich findest und hilfreich für dich. Als nächstes möchte ich das Vermissen der Heimat nennen. Ich nenne das auch das Scheitern an sich selbst. Das Vermissen von Dingen aus Deutschland, das wird oft unterschätzt. Weil plötzlich will man Sachen, die früher selbstverständlich waren, zum Beispiel Schwarzbrot, Schaumküsse oder den Herbst. Vertraute Marken fehlen bei alltäglichen Produkten, Rituale aus Deutschland sind verschwunden, der Weihnachtsmarkt zum Beispiel, auch die Familie und die Freunde fehlen. Das alles kann zur großen Erkenntnis führen, dass das dauerhafte Leben im Ausland vielleicht einfach nicht das Richtige ist. Und dann ist das einzig Richtige der Rückflug. Der nächste Punkt. Etwas, das sich kaum jemand selbst eingesteht, aber von außen ist das immer sehr offensichtlich. Die Deutschen diskutieren gerne, und das ist gesellschaftlich wichtig. Man zeigt damit, dass man eine Meinung hat, belesen ist und Tiefgang besitzt. Aber in Australien ist es genau andersrum. Hier kann man sich so schnell ins Gesellschaftliche ausbugsieren. Wer über Politik, Religion, Menschenrechte diskutieren möchte und dabei emotional oder sogar beleidigen wird, tja, der wird ganz einfach nicht mehr eingeladen das nächste Mal. Und generell sind viele Australier in ihrer Wortwahl um einiges sanfter als in Deutschland. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich in Deutschland im Urlaub bin, aber auch in den sozialen Medien, wie heftig die Beschimpfungen und Beleidigungen sind, die sich Deutsche total normalisiert an den Kopf werfen. Hier würde man damit nicht nur Freunde und Bekannte vergraulen, sondern gegebenenfalls auch den Arbeitgeber und Kollegen und könnte somit leicht seine Arbeit, seine Lebensgrundlage und damit verbunden eventuell sogar das Visum verlieren. Ein weiterer häufiger Scheitergrund, wenn man nur aus einem Grund auswandert. Zum Beispiel, weil man mit der Politik in Deutschland nicht zufrieden ist. Auch das kann böse enden. Beispiel. Von vielen Deutschen höre ich, dass sie die Meinungsfreiheit in Deutschland nicht ausreichend finden, deswegen aus dem Land raus wollen. Das ist ein gutes Beispiel, weil die Meinungsfreiheit in Australien ist zum Beispiel deutlich eingeschränkter als in Deutschland. Die Polizei hat viel mehr Befugnisse und auch die Presse kann nicht frei über alles berichten. Denkt also gut über eure Gründe nach. Ich empfehle generell, positive Ziele zu setzen, also mehr zu fragen, wo will ich hin, als wovon will ich weg. Denn auch hier werdet ihr wirklich genug Dinge finden, die euch euer ganzes Leben lang stören werden. Das bringt mich zum nächsten Punkt, dem Durchhaltevermögen. Auswandern ist schwierig. Man muss in der Lage sein, viele Hürden zu meistern. Man braucht wirklich einen langen Atem und ihr müsst wirklich erstmal durch den Monsun gehen, bevor ihr euch hier am Strand in der Sonne ausruhen könnt. Diese ganzen Hürden erscheinen zunächst unmöglich. Ich habe meine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung zum Beispiel erst nach mehr als fünf Jahren erhalten und ich kenne viele ähnliche Fälle. Und ohne die hat man dann deutlich eingeschränkte Rechte. Ist echt ein Bewohner zweiter Klasse. Sowohl in der Berufswahl, der Politik und selbst beim Kauf der eigenen Wohnung. Was ich sagen will, das Mindset, oh Gott, schon wieder dieses Wort, das muss halt ein langfristiges sein. Keine schnellen Lösungen erwarten, sondern Schritt für Schritt in die richtige Richtung gehen und wenn was nicht klappt, und hier kommt das Thema Flexibilität wieder zurück, dann eben den Plan und den Weg ändern und sich auch über kleine Erfolge im Alltag freuen. So, bisher habe ich nur Gründe genannt, die man irgendwie ja noch beeinflussen konnte. Am Ende nochmal der Fairness halber ein Grund, über den man keine Kontrolle hat. Einfach nur Pech haben und zu große Hürden erleben. Der falsche Beruf, der in Australien nicht anerkannt wird, keine finanzielle Unterstützung, abgezogen werden, Riesenpech beim Arbeitgeber, schlechte Ortswahl, Naturkatastrophe, familiäre Notfälle in der Heimat. Das kann einfach mal jedem passieren und einen hundertprozentigen Schutz gibt es da natürlich nicht. Ich hoffe, ihr konntet aus diesen Gründen etwas mitnehmen. Wenn ihr selbst nach Australien auswandert, dann lernt aus den Fehlern anderer und bereitet euch gut vor. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst noch schnell ein Abo da und bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020